ja hallo ich bin der andreas leitner wir sind heute hier im hamad kfu in schliersee ich stelle hier meine bilder aus vorwiegend meine kuh motive hot cows also ihr seht hier eins meiner kuh motive das heißt schliersee cowboys und was ich eben mag das ist so ein bisschen bild elemente zu kollagieren das heißt kuhköpfe zu nehmen und da einfach einen anderen körper rein zu kollagieren wir stehen hier vor meinem sitting bull also man merkt ich bin gerade in meiner roten phase ein paar worte zur technik wie so ein bild entsteht also hier haben wir jetzt eine zweifarbige schüttung weiß und rot auf dem gespachtelten hintergrund und so eine kleine spezialität ist von mir dass ich eben viele teile des hintergrunds auch im motiv durchscheinen lassen so wenn wir euch jetzt neugierig gemacht haben auf die bilder dann schaut doch gerne hier in schliersee vorbei beim hamad kfu in der lautere straße oder bei mir auf www.kunstistfreiheit.com gerne auch abtragsarbeiten